Dirk Kreuter ist einer der erfolgreichsten Vertriebstrainer. Vor kurzem hat er ein Video über seine Trainerausbildung gemacht. Sagt er in diesem Video die Wahrheit oder möchte er dir nur etwas verkaufen? Es gibt manchmal Fördermöglichkeiten. Ich rate dir davon ab. Ich möchte keine geförderten Teilnehmer in meinen Seminaren haben. Tatsächlich zu sagen, wir nehmen keine Fördergutscheine, das bedeutet einfach für mich, ich mache hier ein Seminar, wo ich mir eine Zielgruppe raussuche, die das eh nicht nötig hat. Oder ich will die Arbeit nicht haben. Oder ich bin mir zu fein dafür, was ich nicht glaube bei jemand wie Dirk Kreuter. Aber seine Begründung dafür ist, wer schon mit einem Fördergutschein kommt, der strengt sich dann auch nicht wirklich an. Oder das ist dann nicht der Spirit oder so. Nur andersherum ist es ja so, dass ich schon erlebt habe, dass Menschen, die durch eine Förderung eine neue Chance bekommen haben, ihr Leben auch ganz neu aufrollen konnten. Und einer dieser Menschen bin ich selber. Und deswegen geht es mir auch so ein bisschen ans Leder, wenn man einfach sagt, das ist sein Business, das ist sein Laden. Dirk kann machen, was er will. Und er ist ein richtig extrem professioneller, super erfolgreicher Trainer. Meine Trainerausbildung, da lassen wir natürlich Fördergutscheine zu, logischerweise. Und setzen wir uns hin und füllen dann die Belege dafür aus. Natürlich, denn nicht jeder kann es sich leisten, die teuerste Trainerausbildung zu machen, die es gibt. Wobei ich nicht mal weiß, ob Dierks Ausbildung die teuerste ist. Aber das finde ich ein bisschen komisch vom Ansatz. Also schauen wir uns mal ein paar andere Dinge an, die Dirk Kreuter in diesem Video sagt. Er sagt unter anderem laute gute Sachen. Er sagt, er ist im BDVT gewesen und hat da seine Trainerausbildung gemacht, seine erste. Genau wie ich, ich bin auch im BDVT. Das ist ein großartiger Verband, sehr aktiv für seine Mitglieder. Unter anderem sagt Dirk Kreuter in seinem Video auch, dass es wichtig ist, in so einer Trainerausbildung ein Trainerteam zu haben. Ich zitiere ihn mal, damit du nicht die Glaubenssätze und Gewohnheiten oder was es auch immer war, von nur einem Trainer oder von nur einem Ausbilder übernimmst. Und da hat er sowas von Recht damit. Das ist in unserer Ausbildung so. Das ist logischerweise in seiner Ausbildung so. Und er sagt unter anderem auch, dass es wichtig ist, dass man hospitieren kann in so einem Training. Also, dass man in der Trainerausbildung als auszubildende Trainerin, Trainer wirklich selber ein Training halten kann. Und hier trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Denn es gibt viele Ausbildungen, da heißt es, ja, natürlich. Sie können dann so vor der Gruppe Trainings durchführen und die Teilnehmer sind dann ihre Testteilnehmer und so. Das finde ich jetzt nicht so, ist hospitieren. Ich finde, hospitieren ist wirklich bei Trainings, die das Trainingshaus sonst noch anbietet, kannst du als diejenige, die diese Ausbildung macht, in anderen realen Trainings einen Teil des Trainings mit vorbereiten und dabei sein. Und dafür hätte ich damals getötet. Ich habe damals so eine Ausbildung nicht gefunden. Es ist auch nicht immer so leicht zu finden. Ich habe auch ziemlich viel am Markt rumtelefoniert und ich muss wirklich sagen, die wenigsten Anbieter sagen dir ganz offen, ja klar, sie können bei uns bei echten Kunden oder bei echten offenen Trainings mitmachen, schon während ihrer Ausbildung. Das sind die allerwenigsten. Die meisten reden drum rum. Brauchst du eine Trainerausbildung? Jein. Ich kenne sehr gute Trainer, ich kenne sehr gute Coaches und Speaker, die keinerlei Ausbildung haben in dem Bereich und trotzdem sehr gut abliefern. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass Dirk Kreuter hier so differenziert an das Thema rangeht. Ist es gesetzlich irgendwie vorgeschrieben oder nötig, um Trainerin zu sein? Nein. Also das heißt, hilfreich ist es auf jeden Fall, eine Trainerausbildung zu haben und für viele auch absolut nötig, um wirklich zu verstehen, wie man das auch unternehmerisch macht, wie man Teilnehmer begeistert, wie man das didaktisch aufbaut, wie man eine Dramaturgie macht, wie man mit Problemen umgeht, wie man mit schwierigen Teilnehmern umgeht. Also alles das ist absolut essentiell, wirklich im Training, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sagt Dirk auch ganz richtig, dass es Trainerinnen gibt oder Coaches, Speaker, die überhaupt keine Ausbildung in diesem Bereich haben und extrem gut, wie er sagt, abliefern. Und damit hat er recht. In diesem Artikel wird darauf hingewiesen, ja, man muss auch darauf achten, was kostet so eine Ausbildung. Und dann wird dann gesagt, ja, eine gute Trainerausbildung kriegst du mit 200 bis 500 Euro pro Teilnehmer pro Tag. Bitte, so geht man nicht an eine Trainerausbildung ran. Man geht nicht ran und guckt, wie viele Tage bekomme ich für wie viel Geld. Das ist Bullshit. Ich finde schon, dass es so ein Qualitätskriterium auch ist, erst mal Transparenz darüber zu haben, wie viele Tage habe ich eigentlich in diesem Training und was kostet es denn eigentlich? Also nicht nur, wie ist das Training jetzt, ich sag mal, gehypt, ja, mit einem Großmeister, der wirklich ein toller Trainer ist, eine tolle Trainerin, sondern wie viel Präsenzunterricht bekomme ich denn? Denn an der anderen Stelle des Videos sagt Dirk Kreuter auch ganz richtig, es ist natürlich wichtig, dass der Ausbilder, die Ausbilderin bei so einem Trainer-Programm auch wirklich da ist und dich korrigiert und dir hilft und dir zeigt, wie das geht. Und jetzt sagt er aber, das ist Bullshit zu sagen, man soll jetzt schauen, wie viele Tage bekomme ich eigentlich und was kostet dann eigentlich durchschnittlich so einen Tag? Wirklich wichtig ist, wie viel Präsenztraining bekomme ich? Und auch da, und das betrifft nicht nur Dirk Kreuter, weil ich teilweise geschockt an sich so rumtelefoniert habe, im Markt teilweise, was manche mir gesagt haben. Also da hat auch einer gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage unsere Ausbildung wirklich geht. Ist es denn so wichtig? Ich so, ja, es ist wichtig, es ist wirklich wichtig. Andersrum habe ich erlebt, es gibt einfach Angestellte, Selbstständige, die sind so gut in dem, was sie machen und haben sich im Grunde schon jetzt eine Art Marktnische entwickelt als Experten. Wenn die jetzt einfach nur noch eine mittelgroße Trainerausbildung bekommen, das muss überhaupt nicht die teuerste sein, dann bekommen die genau das an Werkzeugkoffer in die Hand für den Trainingsbereich. Was sie brauchen, um zu explodieren mit ihrer Karriere. Das habe ich schon mehrfach erlebt. Nehmen wir mal sowas, ich möchte so Erfolgstrainer werden oder so, habe aber selber gar keinen Erfolg. Das kann natürlich nicht funktionieren, aber viele sind in so Nischen, die sind so interessant und das ist denen oft gar nicht so bewusst. Und wenn die uns dann anrufen und ich frage, was machen sie denn so, was können sie gut, was glauben sie, was für den Markt interessant wäre. Und die erzählen mir dann sowas. Zum Beispiel, ja, ich bin im Bereich Sicherheitstechnik bei Gebäuden und so. Und ich merke dann, ey, das kann ja sonst gar keiner. Und ich möchte da Trainer werden. Super! Ja, und da brauchst du nicht die Ausbildung, die irgendwie, keine Ahnung, die prestigiöste, ich finde gar keine Worte dafür. Also es regt mich ein bisschen auf. Ansonsten sagt Dirk Kreuter die Wahrheit über Trainerausbildung. Er sagt, dass es wichtig ist, dass man an seinem Marketing arbeitet, dass man weiß, wie man sich vermarktet, dass man präsentieren kann, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass man mit den richtigen Leuten in so einer Ausbildung ist, dass man dahinterher ist, dass man mit der richtigen Einstellung an so eine Ausbildung rangeht, dass man Ausbilderinnen und Ausbilder hat, die man als Vorbild wahrnehmen kann. Und Dirk Kreuter wird es mir vielleicht verzeihen, vielleicht auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video bei Train the Trainer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.